so dann herzlich willkommen zu einem neuen part von let's play super mario 64 und zwar sind wir wieder eine erste welt eingetreten ja die mission heißt mario winkst du das geil können wir aber noch nicht abschließen da brauchen wir noch gut oder eine mütze wie auch immer ich hoffe den kriegen wir doch diesen part das letzte innerhalb zwei aufnahmen zwar geschafft aber diese mission nicht im glück haben schaffen wir es aber müssen uns schon ein bisschen ein weil wir die andere welt natürlich auch abschließen wollen und da müssen wir uns genauso wie der vorherigen aufnahme ich muss mich hoch nein komm schon einmal noch bitte einmal noch wo war das knapp ich den versemmel dann wäre es unser sicherer tod gewesen ich habe so kein safe set gehabt und dann haben wir auch schon direkt den nächsten stern und vorerst letzte stelle dieser welt es wird auf jeden fall noch ein ständige geben aber noch haben brauchen wir den nicht beziehungsweise noch können wir den schulen da ein chance schon steht ja selbst continue so dann geht es auch direkt zur nächsten welt jetzt irgendwas um keine ahnung was wucht weil ich weiß ich weiß gar nicht wie die deutsche wieso das ist dafür ich mal hier englisch dieser raum befindet sich hier wo eine 1 draufsteht nun bauern einmal die namen bauern und ein luigi gibt es sie nicht sagt da gehen wir rein mit den riesigen turmen da oben wombs fort wird chip auf wombs block unsere erste mission ist einfach mal den nächsten post zu können übrigens 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 meine stimme erhöht also lautstärke erfüllt weil ich sie als zu leise empfand ich fand sie noch da ein bisschen als zu leise ich bin da nicht runter so sieht die welt 2 aus den haben wir gesiegt und mit skill wollte ich sagen sauberer skill direkt man fail und gerade sagen müssen mit skill hierüber gehen aber nee dann gehen gerne noch mal gleiche weg oder der schon wieder da muss halt noch mal machen was sollten das heute ist echt nicht mal tag essen ja komm was machst du dafür sagen jetzt wieder weitere sekunden ich bin einfach zu schnell machen wir so selbst gut endlich geschafft endlich und was machst du mario das ist ein riesige rum wir haben die ganzen straßen geworfen keiner bedankt sich für uns ja dort durch rückenschmerzen durch dieses ganzen der drücken schmerzen von den ganzen von den ganzen straßenbaum bekommen und jetzt hat keiner rückenschmerzen mehr ich habe wieder verloren auch gott danke für die rückenschmerzen jetzt danke für die rückenschmerzen wechseln hier hast du stern als belohnung ja gut verschwindet er einfach mal und wir haben und dann nächsten stellen dann auf zur next mission top auf dem bild gab es etwas was sie gerade nicht sehen konnten und zwar fehlt natürlich ein ganzer ein ganzer turm und den holen wir uns jetzt na gut wir haben ihn noch gefällt wisst ihr bescheid und jetzt schaffen wir es natürlich im ersten versuch war ja vorhin zu schnell gewesen ach schade knapp verpasst nein komm 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 schon so und endlich und vorsicht gleich ist mir wie eine hässliche fratze da alter was mache ich denn da überhaupt drüber Damit rüber rüber kommt 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 noch aber geschafft ein bisschen warten und dann schade und dann haben wir schon den nächsten stellen zusammen zwar der spitze dieses turm oder dieses bauwerk was auch immer direkt zur nächsten mission und dann ist wir das biet man sagen es wird auf jeden fall 100 prozent jetzt will sein es ist kein klein weil ich mich halt noch viele sachen erinnere aber es wird natürlich nicht nur maro super marie geben so ins blaue schuss ins blaue heißt es auf deutsch glaube ich dafür brauchen wir eine kanone und ich weiß auch wo sie sich befindet vielleicht habt ihr die schon gesehen wenn die befinden sich hier dem freund wir müssen wir natürlich erst mal aktivieren ja kommt aktiviert komme ich hab die hallo ich bin einer von denen ich habe hier auch für die kanone mit dieser kanone kann man zwei sterne holen und so alle eine stelle habe ich nicht zufall gefunden aber normalerweise muss man sich die kanone rein der hoch schießt nicht macht ein bisschen anders da oben ist der stelle bringt was sagen wollte ist halt es gab halt einen stern habe ich zufall gefunden wo ich das gespielt hatte und ich will zwar mit skimmer hoch schaffen also muss ich eine wand steht laufen und schade ich hätte springen sollen das ist nicht ganz einfach ich muss gestehen ist ganz einfach aber ich habe es geschafft jetzt und hier vorsichtig darunter rennt ich bin einmal hier gesprungen gerannt und dann wieder runter gefällt ganz nach unten ins nicht so weit für die stufe so schutz und blau ist auf deutsch wie gesagt der nummero 10 ich komme ich komme wird kurz ok jetzt erkunden wir mal diese inseln mal wissen denn jetzt müssen wir so stellen bisschen sammeln und instant haben ihn gekriegt 5 münzen für blauen münzen und die befinden sich damit auch nur drei noch drei nicht nur drei hätten doch gesehen acht münzen das ist eigentlich auch ein port und port fällt hier nicht nein hätte sein können hier oben schon direkt und die erste red coin und schaffte schaffe ich doch nicht nicht rutschen ach gott was los mit mir kameras spielt auch nicht mit jetzt warte ich da hat man so ein bisschen skill probiert und dann klappt gar nichts sag mal also so langsam ist erst genug ich bin zu schnell oder rote münze nummer zwei haben wir gekriegt so hier haben wir eine blue coin nicht jetzt leise jetzt leise shhhh leise ha 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 die anderen schaffe ich es nicht hier gibt es aber auch die rote münze so müssen wir kurz hier stehen bleiben dann kriegen wir sie auch den one-up brauchen wir nicht so hier ein kleiner tipp für diese womps immer denn ihr solltet ihr noch nicht killen beziehungsweise ein paar mal rausspringen auch ein paar minzen fünf stück insgesamt als bonus und dann wenn wir den killen kriegen wir auch nur fünf ja jetzt haben wir fünf sagt jetzt kann er sterben schnell sind drei 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 eine zu früh auf die einem selbst ist verfasst ist auf dieser welt nicht schlimm und kommt den kriege ich jetzt noch ja müssen trotzdem warten so jetzt aktivieren mal hier dieses teil hier vor springt du bist der beste mario ok zu schnell ich dachte kurze die fallen sicheren tot ich glaube mit dem drei sprung kommt man hier noch oben ran aber ich will es nicht riskieren ich mache es auch regulärer weise dann oben alle münzen es gehen wir nach unten ja wir haben einige münzen verpasst aber die kriegen wir noch so zusammen haben haben wir eigentlich ist ja wir haben sie mit münzen die letzte befindet sich nämlich hier oben der schwor und ersten besuch und hier nicht springen weil ich bin hier aber hier runter geflogen als kind na und wir haben sie bekommen gut da taucht der sterne auf ich will ich jetzt aber nicht riskieren und wir haben direkt auch die die 100 münzen stellen bekommen ja ich mache es doch ich finde ich mache es doch irgendwie zum zweiten mal jetzt aber sollen die nächsten zwei sterne schnell gehen das weiß dritte die vierte sterne dritte ich weiß nicht auf jeden fall weiß ich dass wir die menschen ich habe kein leben verloren wenn ich habe jetzt die aufnahme bin ich hier runter geflogen habe fehlerweise sage ich das mal tatsächlich mal leben verloren aber zu hoch gesprungen wird kommt an der flotten island der fliegen insel wir gehen direkt wieder rein einmal vor allem ja eine mission die ich nicht so wirklich mag müssen und die alle wecken und dann müssen wir zu den fliegenden inseln also beziehungsweise müssen gedrückt halten übrigens müssen da rein ich mache es immer so dass ich hier einmal um den großen bogen um den turm mache so so dann findet sich das was zählen reicht das sehe ich nicht komm schon jetzt aber jetzt und dritten versuch letzten aufnahmen mit aufbrechen gebraucht es kann echt so ätzend sein darunter zu fliegen fliegt man sowieso ein bisschen leben und ja das ist einfach ganz schwierig zu treffen aber jetzt gibt es noch ein stellen den stellen habe ich durch zufäll gefunden wir müssen die blassen wir müssen die wand natürlich zerstören so auf deutsch gesagt aber auf deutsch heißt irgendwie so ganz anders ich weiß jetzt nicht wie es auf deutsch heißt die mission aber den ständen habe wirklich durch zufall herausgefunden ich habe lange gesucht ich habe gefragt wo kann zwischen der stern sein ich finde den nirgends wo soll er sein bis ich das zufall nämlich herausgefunden habe denn ich muss die kanon aktivieren ich wollte eigentlich irgendwie da hoch ich weiß nicht wieso doch wollte aber ich habe ihn für sich dagegen gekommen und da war natürlich der stern bin ich bin glaube ich zuerst auf der andere kante geknallt und da ist die ecke auch weggebrochen und da macht er gedacht da muss ja auch der stern dort sein wenn er schon so ein versteckt drin ist wir haben 13 sterne 1 st fehlt uns damit wir so viele stellen haben wie letzten aufnahmen wir haben sogar mehr zeit übrig der befindet sich nämlich hier ich frage doch wieso ich jetzt hier nicht geportet wurde denn jetzt müssen wir fliegen ich habe echt angst weil sie fliegen auf dem pc und ehrlich wie soll ich es zu machen ich muss ich muss ich darf die mündlich verpassen es wird sogar immer schneller es wird immer schneller es wird drei vier haben wir doch kontrolle bei den kontrolle bei den kontrolle behalten nein die mitte so nicht kriegen die können wir kriegen die kümmerung kriegen die kümmerung kriegen bleibt ruhig bleibt ruhig mit leib ruhig mit bleibt ruhig mit die körperung kriegen die körperung kriegt toll da halt noch eine runde die klappe man ich dachte wir kriegen sind dann habe ich gesehen ist der flügel auslaufen gedacht das ist ja das ist nicht wirklich ein toll wir haben keine mona verloren aber ich habe dieses an sich eine gute idee aber es ist wirklich so schwierig gut gemacht das haben wir noch mal drei und vier jetzt ok beim letzten beides ist nicht ganz so schlimm die kann man auch nachholen ich will ich will sich was ich will muss landen hallo da sagt gelandet ein bisschen zu hoch jetzt haben wir den schalter verlass aktiviert denn jetzt können wir diese roten dinger aufheben kamera könnte sich die drin danke weil jetzt mit dir hier immer hier ist nicht ganz einfach hinzukriegen jetzt können wir die roten dinger öffnen also beziehungsweise wir haben jetzt die roten dinger geaktiviert können jetzt somit fliegen man bevor wir es noch mal die tiefe stürzen ich habe ist das was geld wir aktiviere ich noch mal den die mitte oder sieht sehr gut aus jetzt haben wir sie endlich und wir fliegen natürlich direkt zum stern da haben wir stellen nummer 14 und es gab genug zeit die erste mission beziehungsweise die erste welt abzuschließen 35 jahre selten kontinu denn in letzter aufnahme ist in der zweiten part nicht geschafft diesen letzten stellen hier noch zu holen machen wir es einfach mal denn durch die feder kappe können wir es endlich machen mal links to the sky auch fliegt durch den himmel oder so heißt es keine ahnung ich weiß nicht wie die deutsche heißt welche version heißt der heißt aber fliege durch fliege die münzringe oder so weiß ich nicht so dass die kanonien müssen mich wieder auf die fliegende insel rauf ich sagte auf die fliegenden insel nicht runter rutschen ich frage mich durch was ja nicht betrieben wird dass sie das angetrieben wird dass sie fliegen kann kommt ohne safety wir müssen erstmal als allererstes was ich mache ist nämlich die eine menschliche aktivieren selbst aber ich will zwar versuchen ich habe noch nie geschafft im ersten buch da muss ich aber nix machen ganz knapp hier ist im ersten besuch haben wir es geschafft na gut nicht ersten versuch aber ich meine wo wir wirklich geflogen sind kann ich krieg keine kontrolle und ja ich verliere es neben ist mir egal ich heile mich aber schnell wir sind wo es aufgetaucht da ich will den stern haben so dann bedanke ich mich fürs zusehen von let's play superbaro 64 nummer 2 beziehungsweise part nummer 2 mit 22 minuten schließen die folge ab mit fünf sternen und dann gehen wir zum nächsten part in die neue welt und ich sage ich war nicht jetzt schon mal vor es wird nass und kalt also bis dann euer möfe p